Was? Was ist das? Was ist das? Ja, was ist das? Da ist noch nichts mehr. Ich höre mein Scherr. Es ist noch nicht mehr. Die Belebung. Das kann nicht sein. Was zum Teufel ist die Belebung? Sie sollten aussteigen. So, das ist ein Spannungsgericht. Das war's mein Scherr. Der ist eine Einzelmeckung. Das war's.